Moin moin Freunde und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute werden wir den DualSense Controller ein bisschen erweitern. Und zwar werden wir solch ein Smart Trigger Flex System einbauen. Und wir brauchen für diesen Umbau auch nur eine Pinzette, die nicht unbedingt erforderlich ist, aber es vereinfacht euch das Ganze auf jeden Fall. Und was wir auf jeden Fall brauchen ist ein Schraubendreher. Was machen wir? Wir werden den Controller jetzt erstmal Schritt für Schritt auseinander bauen. Ich werde das Ganze so ein bisschen im Schnellverfahren machen, wenn du darüber Bescheid wissen willst. Ich habe dir das natürlich schon in sämtlichen anderen Videos ganz ausführlich und detailliert erklärt, so dass du halt auch an dem Controller nichts kaputt machst. Natürlich mache ich auch wieder ein bisschen Eigenwerbung, das gehört halt zu meinem Kanal dazu. Und zwar, wenn ihr solch ein D-Pad für euren Controller benötigt, findet ihr das Ganze natürlich bei uns im Shop. Genauso, wenn ihr irgendwelche Skins oder Aufkleber für euren Controller braucht, zum Beispiel wie in diesem Fall hier diesen Y-So-Series Aufkleber, findet ihr das ebenfalls bei uns. Und wenn ihr zum Beispiel euren Controller erweitern wollt mit einer Paddle-Funktion. Das Ganze werden wir jetzt aufschrauben, dann werden wir die adaptiven Trigger ausbauen. Da gebe ich euch auch noch einen Tipp mit auf den Weg, so dass wir das Ganze auch nachträglich, falls uns das System irgendwann mal nicht mehr gefallen sollte, dass wir das Ganze auch wieder zurückbauen können. Also wir werden da nicht wild irgendwas rausschneiden, sondern werden das so hinterlegen, dass der adaptive Trigger erhalten bleibt, aber halt auch nicht mit diesem System ins Gehege kommt sich, falls ihr zum Beispiel vergesst, vorher die adaptiven Trigger beim Spielen auszustellen. Ja, wie gesagt, wir machen das Ganze jetzt erstmal auf und dann werde ich euch mal zeigen, wie schnell und einfach man dieses System dort einbauen kann. Um den Controller zu öffnen, ist es natürlich immer von Vorteil, solch ein Gitarrenplättchen zu haben. Weil dann könnt ihr hier hinten unterhaken und erstmal, sag ich mal, diese Mittelblende erstmal ausklipsen und mit solch einem Spatel könnt ihr dann hier unter diesen Rand fahren und hier unter in der Mitte befinden sich auch nochmal zwei so eine Clips und die müssen wir dann natürlich auch erstmal ausklippen. Wenn wir das Ganze hier oben, also rechts und links gelöst haben, genauso wie hier unten, dann können wir einfach dieses Mittelteil so wegziehen und nach hinten rausziehen, damit wir diese beiden Spangen hier nicht abbrechen. Ja, dann die Schultertasten auf jeden Fall raus, können wir auch mit diesem Teil machen und zwar haken wir dann hier unten genauso hinter die Schultertasten, einmal rechts, einmal links, dann kommt die schön sauber raus und nicht so wie in manchen Videos gezeigt, einfach mit einem Schraubenzieher da unterhebeln, weil erstmal Plastik und Metall versteht sich nicht so gut, macht euch unschöne Kanten im Controller und die Tasten springen halt unnötig durch die Gegend. Das wird ein bisschen trickiger, da nehme ich auch das andere Werkzeug, weil es einfach nicht funktioniert hat, sollte aber mit eurem Werkzeug auch gehen, wenn ihr sowas habt oder nehmt einen Schlitzschraubenzieher, das wird auch funktionieren. Zack, da sind wir erstmal weggesprungen. So, jetzt haben wir die Schrauben, die wir hier erstmal entfernen müssen, die drehen wir uns erstmal alle raus. Jetzt müssen wir das Ganze natürlich noch ein bisschen weiter lösen und dazu haben wir hier unten wieder zwei Clips, das heißt hier Frontcase und Rückcase ein bisschen voneinander wegschieben und gleichzeitig hier diesen Pin nach oben drücken. Und wenn der Controller schon öfters mal aufgemacht worden ist, geht das Ganze natürlich gleich praktisch von alleine. Beim ersten Mal ist es halt ein bisschen schwieriger, aber wie gesagt auch nicht unmöglich das Ganze zu öffnen. Ja, ich habe jetzt bereits schon einen Remapper drin, das habt ihr natürlich nicht im Original, das heißt wir müssen das Ganze jetzt erstmal hier alles entfernen. Der ist mit so einem doppelseitigen Tape bzw. so einem Silikonkleber hier auf der Batterie einfach nur fixiert. Den lösen wir, dann den Akku raus, ziemlich weit unten an der Fassung anfassen, das Ganze einmal rausziehen, die Schraube auch einmal lösen. Und wie gesagt, dazu ist immer so eine Pinzette nicht schlecht, dann kann man zum Beispiel hier die Schrauben so greifen und das Ganze hier rausziehen. Und hier unten das Mikrofonkabel müssen wir natürlich auch lösen, weil das hängt mit an dieser Batterieabdeckung bzw. diesen Einsatz. Und dann können wir das Ganze auch so rausnehmen. Ja, jetzt haben wir noch die Flexbankkabel der adaptiven Trigger. Dazu ist die Pinzette auch immer sehr gut. Wir können das Ganze hier auch gleich komplett entfernen, weil wir den adaptiven Trigger ja dafür zerlegen müssen. Dann haben wir hier oben noch das Touchpadkabel, auch einfach so rausziehen. Und auf der anderen Seite haben wir hier auch nochmal die Flexbankkabel. Wie gesagt, bei diesen 20er Modellen haben sie das Ganze ja geändert. Da sind diese Zuglaschen hier auf der einen Seite nicht mehr so schön zu erreichen. Da muss man halt ein bisschen gucken, wie man an die Sache rangeht. Ja, jetzt können wir uns wieder dieses Plastiktool nehmen. Hier oben haben wir nämlich zwei kleine Clips. Die können wir einfach so voneinander hier wegschieben. Hier unten haben wir noch ein Mikrofonkabel, das hätten wir mal vorher rausziehen sollen. Weil sonst kriegen wir die Platine nicht gedreht. So, jetzt können wir das Ganze nach hinten so wegziehen. Dann kommt uns der Remapper auch gleich hingegen. Und dieses Rückcase mit dem Remapper, das können wir uns natürlich erstmal beiseite legen. Das brauchen wir jetzt nicht. Bei BDM 010 Modelle noch zwei Schrauben. Die haben wir hier beim 20er Modell nicht. Das heißt, das Ganze entfällt. Dann haben wir nur noch diese beiden hier. Die drehen wir natürlich auch raus. So, wie gesagt, die Schrauben könnt ihr auch alle zusammenlegen, weil das ist alles eine Norm, eine Länge. So, dann können wir das Ganze einfach so rausziehen. Frontcase können wir auch erstmal beiseite legen, brauchen wir nicht. Wir machen jetzt nämlich weiter und schrauben die adaptiven Trigger raus. Und hier gebe ich euch auch nochmal einen Tipp. Die Schrauben mischt die nicht mit den Gehäuseschrauben, weil die sind ein bisschen anders. Auch die nachher von dem adaptiven Trigger selbst, beziehungsweise von diesem Einsatz, von dieser Abdeckung. Trennt euch einfach ein bisschen die Schrauben. Packt euch das ein bisschen separat beiseite. Dann könnt ihr da auf jeden Fall nichts falsch machen. Ja, L-Seite, R-Seite ist wohl klar am Ende, wie das wieder aufgeschraubt wird. Weil dieser adaptive Trigger ist universal. Das heißt, der Motor, die Platine, die Flexleiterfolie, dieser Stift da drin. Wie gesagt, das könnt ihr ja untereinander tauschen, wie ihr wollt. Halt nur nicht die Schultertasten, weil es würde halt doof aussehen, wenn die L-Seite auf der R-Seite ist oder halt auch andersrum. So. Wie gesagt, wenn ihr die vier Schrauben hier raus habt, dann haben wir schon mal die adaptiven Trigger, die wir uns jetzt natürlich umbauen müssen. Jetzt müsst ihr die drei Schrauben hier von diesem adaptiven Trigger rausschrauben. Und nicht vergessen, auf dieser Seite unter diesem Flexbankkabel, was hier oben eingesteckt ist, befindet sich eine weitere Schraube. Das heißt, ihr habt vier Stück und dann könnt ihr erst die Kappe so voneinander ganz einfach abheben. Dann bauen wir auf jeden Fall hier diese ganze Mechanik für den adaptiven Trigger aus. Und die lassen wir auch draußen, damit wir, falls wir vergessen, den adaptiven Trigger auszustellen, dass der uns dann nicht mit dem Smart-Flex-System dann ins Gehege kommt, sondern dass dann halt sich höchstens der Motor hier dreht, beziehungsweise diese Welle, aber halt keine Übertragung stattfindet. Ihr könnt natürlich das Ganze hier auch ablöten oder bündig mit so einem kleinen Seitenschneider abknipsen und könnt dann halt nochmal Gewicht sparen, wenn ihr dann diesen ganzen Einsatz, besser gesagt den Rumble an sich, draußen lasst. Jetzt können wir diesen Splint hier rausziehen. Wie gesagt, das könnt ihr mit den Händen machen oder halt mit Hilfe von so einer Zange. Und jetzt können wir die Schultertaste so nach oben rausschieben. Das heißt, wir drücken das Ganze erstmal nach hinten und schieben das Ganze dann so zurück. Wie gesagt, fangt da nicht an, irgendwie das Ganze nach vorne zu reißen oder so, sonst verbiegt ihr euch nämlich hier die Spange. Und dann könnt ihr eigentlich ganz einfach, ja, einfach, ganz einfach, ey, scheiße hier. Dann nehmen wir diese Kontaktmatte hier raus, das ist so eine Gummimatte, die können wir einfach so rausziehen und dieses Flexbandkabel, praktisch die originale adaptive Triggerfolie, die können wir einfach auch so entfernen. Ja, jetzt haben wir das Ganze soweit vorbereitet und können jetzt diese adaptive Flexfolie hier einbauen. Dazu packen wir das Set erstmal aus. Jetzt haben wir hier auch ein paar Sachen drinne, ja, die wir halt erstmal vorbereiten müssen an unseren Schultertasten, sprich hier L1 und R1. Dafür sind diese beiden Pins hier, die werden hier oben einfach nur so reingesteckt. Die drückt ihr einfach bis zum Anschlag runter. Nummer zwei, wo haben wir das zweite Teil? Da. Den stecken wir hier rein. So, dann haben wir die L1 und R1 Taste schon vorbereitet. Jetzt müssen wir natürlich noch die Schultertaste vorbereiten und dafür sind diese beiden Einsätze. Und wie gesagt, ihr könnt hier auch nichts vertauschen, ob das bei der Folie ist oder bei diesen Einsätzen. Ihr nehmt euch die Schultertaste, das Teil geht auch nur in eine Richtung rein. Und zwar schiebt ihr das dann hier unten einfach so rein und das war's. Selbst wenn ihr das wieder rausholen wollt, könnt ihr mit dem Schraubenzieher hier unten reinhaken und das Ganze wieder einfach eins zu eins wieder rausnehmen. So, das war's. Schultertasten sind vorbereitet. L2, R2, L1 und R1 ist fertig. Jetzt müssen wir noch die Folie nehmen, diese Triggerfolie. Und die ersetzt praktisch die alte Flexbandfolie, die wir eben entnommen haben. Und dafür setzen wir halt diese jetzt ein. Das Ganze muss dann wieder aussehen wie im Original. Hinter dieser Spange das Ganze rausgeführt und die wird hier unten einfach nur eingelegt. Jetzt nehmen wir uns die Schultertaste. Erst hier oben drüber das Ganze. Aufpassen, dass ihr diese Spange auch wieder mitnimmt. Und das dann so nach hinten schiebt. Bisschen zusammengedrückt halten das Ganze. Und diesen Splint hier unten einfach wieder rein. Und das Ganze ist schon fertig. So sieht das Ganze dann aus. Ich habe mir das hier vernünftig abgelötet. Also die Rumbles komplett schön sauber abgelötet. Und das Ganze wieder verschraubt. Und kann das Ganze jetzt in den Controller wieder einbauen. Jetzt machen wir das Ganze noch einmal zusammen an der anderen Seite. Ich habe die Schrauben schon mal entfernt. Ja, nur noch einmal, um das Ganze nochmal mit euch durchzugehen. Splint raus. Schultertaste nach oben drücken. Und dann abziehen. Gummimatte raus. Diese Folie raus. Die Ersatzfolie, beziehungsweise die eigentliche adaptive Triggerfolie rein. Dann brauchen wir die Schultertaste, den Einsatz. Wie gesagt, es geht auch gar nicht so in diese Richtung rein. Also nur mal, um euch das zu zeigen, ihr könnt da eigentlich nichts falsch machen. Es geht nur in eine Richtung einzubauen, das Ganze. Einmal fest reindrücken. Taste wieder hier erstmal unten rein. Dann oben drüber. Nach hinten drücken. Splint wieder rein. Einmal testen das Ganze. Und Kappe wieder drauf. Und das Ganze verschrauben. Und dann wird die Flexbandfolie hier oben einfach nur mit Hilfe von so einer Pinzette einfach wieder reingeschoben. Und das Ganze ist fertig. Ja, wie gesagt, jetzt würde ich sagen, baue ich den Controller im Speedverfahren zusammen. Und dann gucken wir uns mal das fertige Ergebnis an. Und dann gucken wir uns mal das fertige Ergebnis an. Das war es zum Video und dem kinderleichten Einbau. Wie gesagt, alle Artikel aus dem Video verlinke ich dir unten in der Infobox. Und wenn du Interesse hast an solch einem Smart Flex System, wie gesagt, du brauchst deinen Controller vorher nicht einmal aufschrauben, um zu gucken, welches Modell du hast. Das kannst du alles von außen bestimmen anhand dieser Nummernfolge auf der Rückseite deines Controllers. Dort hast du halt eine Ziffernfolge und die sagt dir ganz genau, ob du das Modell BDM 010 oder 020 in deinem Controller hast. Wie gesagt, du kannst das Ganze dann auswählen. Und selbst wenn du keine Erfahrung hast im Controllerumbau, das System bekommt halt jeder in seinen Controller eingebaut. In diesem Sinne würde ich auch sagen, ich wünsche euch eine schöne Weihnachtszeit. Wenn du Interesse hast mehr an solchen Videos, ich werde dir jetzt hier so ein paar verlinken. Also bis dahin, hau rein, ciao, ciao. Bis dahin, hau rein, hau rein.